Da zum heutigen Zeitpunkt die Bundesregierung deutlich gemacht hat, dass sie sich um Liebe und Seele von uns Hungerstreikenden nicht interessiert, auch wenn wir schäben, unterbrechen wir heute am 1. Advent unseren Hungerstreik. Unser Kampf um die uns schäenden Menschenrechte wird weitergehen, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Dafür sammeln wir ab heute neue Kraft. Punkt.